Am 2. November 2020 war ich noch einmal auf dem Flughafen Berlin-Tegel, um vor seiner endgültigen Schließung einige Aufnahmen zu machen. Leider war es mir nicht möglich, auf die Besucherterrasse zu gelangen, weil man dafür eine Online-Anmeldung brauchte. Und so musste ich notgedrungen aus einem der verglasten Treppenhäuser aufs Rollfeld fotografieren. Hier zu sehen, wie ein Fueling Airbus A320 für den Abflug nach Barcelona bereit gemacht wird. Besucher wieder einmal auf die Aufnahme für den Abflug nach Florida und den Abflug der Abflug nach wie ein Video von Frankreich. Lauter Kontrolle in der Abflug nach Dort im Feld München, geht es um die Abflug und den Abflug nach Berlin. Ich möchte noch meinen, Herr Ausländer, in der Abflug nach Berlin kommen, aber wieder ein wenig aus der Abflug nach Berlin. Auf der Umfeld sehen, wie einhör, in den Abflug nach Berlin, in der Abflug nach Berlin der Abflug nach Berlin verletzt werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Was soll man über ein startendes Flugzeug auch weiter erzählen, wenn man nicht viel darüber weiß? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Beitrages angelangt. Ich hoffe, er hat euch gefallen und verbleibe mit einem Tegel forever. Tschüss und bye bye hier aus Studio B, euer Tomcat.